hallo youtuber heute mit einem fetten fetten dankeschön an euch alle dass ihr meine videos so begeistert schaut das ist echt unnormal vor zwei monaten hätte ich niemals gedacht dass das so eine ausmaße annimmt ich habe jetzt schon über 10.000 klicks auf meine videos also ist echt unfassbar und ich freue mich wirklich sehr darüber über eure positiven feedbacks und die fragen die ihr mir stellt wirklich großes dankeschön ansonsten stecke zurzeit in prüfungsvorbereitung für meine zwischenprüfung und konnte deshalb auch kein neues technik video machen und da kommt ihr diesmal ins spiel und zwar habe ich mir überlegt was habt ihr davon ihr schreibt mir einfach in die kommentare was euch mal so interessiert fragt mich über die playstation 4 oder fragt mich irgendwas über apple und ich versuche ein video darüber zu machen um euch die fragen zu beantworten oder was auch immer ich würde mich über kommentare darüber freuen und wir sehen uns im nächsten video wieder würde ich sagen bis dahin fleißig weiter gucken und ciao